Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder euer Washer Arne mit dabei. Andra Seed Place. Schönen guten Tag. Äh, wieder The Forest. Die vierte Folge. Ja, letzte Folge haben wir, ja, nicht viel gemacht. Wir sind gestorben, dann haben wir noch ein Dorf geplündert und ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt ziehe ich das Ding da fertig bauen und... Ach, leil. Ja, ähm... Diese Folge wissen wir noch nicht genau, worauf wir machen. Auf jeden Fall... Ja... Was denkst du, was können wir machen? Ich würde mal sagen, wir bauen das Teil, was du da ja so wunderschön dran gebaut hast, zu Ende. Ja, dafür bin ich auch. Und dann würde ich mal sagen, eventuell könnten wir schon eine kleine Höhle suchen. Äh, erstmal brauchen wir essen. Damit du auch mal die wunderschönen Mutanten siehst. Erstmal brauchen wir essen. Ja, dann schlachten wir halt ein paar Rehe oder so. Schlacht mir richtig auf, äh, was? Was? Ne, mir ist nichts dran. Oh, ich muss nicht gleich noch, äh, ich muss wirklich noch einmal ins Wasser gehen. Oh, ich auch, gut, dass du sagst. Ja. Das ist das also, was die ganze Zeit hier so stinkt. Ja, du, nicht ich. Was? Äh, was? Hä, ich bin jetzt im Wasser. Ja, du musst so ins Wasser gehen, dass du schwimmst. Achso. Er sagt das doch gleich. Entschuldigung, du hast nicht gefragt. Ach, geht doch so. Okay. Ah, der Schäfer, stell mal vor, du, du sturzt mit Flugzeug auf und bist der einzige, der überleben und muss hier sowas aufbauen ich könnte das nicht ich würde sterben das weiß ich jetzt schon lass mich das dieses mal fertig machen ich will es ja nicht machen was wir schon leben ja ist klar dieser grill nennt sich auch lagerfeuer das ding auch noch auf mich der wichtige cloud war das nur zwei nein hier hinten noch welche war da war da war da war da wohne endlich ausgeschafft erfolgsalter ist aber nicht so gut daran geworden ja es war irgendwie scheiß arbeit ich bin dafür wie geht schlafen ja bitte mit licht hast du sonst angst ich kann nicht das ist vielleicht wegen der fackeln oder nein das ist weil das noch nicht fertig also du kannst erst hallo du kannst erst schlafen gehen wenn der balken da oben voll ist ja leute ich könnte ja mal in die kommentare schreiben was wir das noch so machen sollen alles warte warte survival wie es so lange ich brauch essen soll ich dann soll ich dann retter in der not sein hast du jetzt essen reingepackt ja ich sehe da nichts nicht oh der fuß da liegt auch noch eine echse ich hab nur ne echse bekommen die laufen bei mir immer weg ja bei mir auch aber ich war halt schnell genug das bein bekommst du ich hab dafür keinen hungerdings bekommen mein magen ist immer noch nicht vorher was ist das für scheiß oder geht das bei geht das nicht bei geht das nicht bei bei körperteilen ich könnte mal gucken ob ich ein fisch finde ich gebe ich war schon wenn es wieder ist das tut dann die ganze zeit nö na komm mutti such dir mal ein bisschen was zu essen hier dankeschön die frau macht essen und ich arbeite sympathisch so erstmal gucken hier rennt irgendwas rum ich müsste vielleicht zum wasser gehen vielleicht vielleicht ein fisch oder aber eine horde uhr einwohner ich weiß es noch nicht genau ich hoffe eine holle uhr wo noch die locker ich dann zu dir ist kannst du mir aber glauben ich brenne 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 aber ich noch auslachen als ich gebrannt haben wie lange brenne ich weiß ich nicht paar sekunden was hast du jetzt schon wieder gebaut egal was nützlich ist alter dass ich sie ich habe nur unten gesehen sammeln acht baumstämme irgendwie muss ich die ganze zeit nachrichten mutti beschreibt mir denn tiron ja tatsächlich ich bin nicht schlau nein das war nur offensichtlich ja weil das immer macht immer herr und zwei zocken das macht den armen jungen ruhe der muss geld haben der geht nicht zu schule ja hallo wir nehmen auf das kannst du nicht sagen er geht zur schule zockt viel kauft sich gefühlt nur energies baum feeeelt dieser dreck wenn das feuerzeugum ausgeht alter ich finde kann essen oh gott wo einwohner geh weg hast du welche bei dir aber du hast so gott gesagt deswegen ich will damit nicht zu tun haben ich bin mit deinem stress nein hier ist kein uranwohner nicht in meinem haus dann kannst du anders einziehen kannst du nebenan einziehen in dem haus was noch nicht gebaut ist ja jetzt ich bin oh hier sie jetzt sind hier ohr einwohner ich kann noch mal wieder zurück lasse ich bevor es ausgehen nein die verfolgen mich nicht ja mich nicht mal gesehen gut danke ich bin quasi unsichtbar ich habe zwar ein feuerzeug in der hand und leuchte wie eine fackel oder sowas aber die sehen mich nicht oh gott da komme ich nicht nach hause hilfe die sind schneller als ich oh gott hilfe ich komm doch nach hause auf herzen bröde blöde kuh das ist kein uranwohner das ist irgendwas anderes hilfe was oh mein gott ist da mutant keine ahnung das ding seien ich bin alleine gegen zwei leute warte wo bist du denn ich bin ich gerne noch nicht sehen ich bin oben auf dem links doch ach da sagt ich du stirbst jetzt auch nein ich habe mich noch auf den steigen gerettet nicht auf neustadt drücken ok der die lache von denen sind wo ich stehe ich auf alter wo seid ihr sind das merlo und gott ja ich habe ein paar leute mitgebracht tut mir leid kommen prügeleih jetzt zu sagen muss ich bin wieder so ich habe jetzt sofort zum haus so wo ist jetzt das ding was nicht außer wie nur einwohner keine ahnung hast du die tot getötet ich habe einen umgebracht wo sie anderen den anderen hast du umgebracht ich habe gar keine umgebracht da lange aber zwei tote gerade ja ich habe auch kein umgebracht ich habe konnte sind da oben hinter den stein schlafen gehen lassen schlafen gehen oben auf den stein ich geschlafen die schlafen kommen die gar nicht rein ähm ähm äh die haben wir aus der wand verprügelt du hast hast du gebäude zerstören an hey du hast gesagt ich hab das aus ja bei mir ist das aus aber wir haben ja ja was ist unter einstellungen so options und dann bei regeln das zweite bei gameplay rules loading destruction ist aus jetzt ja jetzt ja toll das ist wirklich toll ähm feuerzeug weg ok let's go holz sammeln drei stücke brauchen noch essen sammeln ja du sammels essen ich baue weiter ja klar lasst du ruhig die frau sich mit den uranwohnern rumprügeln gar kein ding mach ich gerne der mann muss hart arbeiten ach und es ist keine harte arbeit gegen uranwohner anzukommen oder was essen suchen sich schwer überleben dabei das ist aber eine kunst was meck ist okay ja ich bin dabei ja okay so leute das war mein vater nehmt ihr mich mit zu nütz nö warum du schubst mich nur wieder in bunker rein äh na ey weil ne wie soll ich in bunker rein schubsen wenn wir zu nützes fahren das ist kein bunker bist du dir sicher ja eigentlich schon gleich ich sehe schon komm ich werde wieder vom krokodil gepackt oder so kannst du ernsthaft nur vier dosen so dahin legen da hast du das regal gebaut was ist das denn für ein scheiß ich hätte vielleicht sagen soll dass das regal nicht so ganz von nützen ist aber ich brauche ganz ganz dringend essen ich auch habe noch ein snickers dabei er hatte gerade noch ein snickers im inventar das will das ding will ich jetzt mal gucken so was kann ich immer machen ich finde kein essen bezüglich die leuchten in dem du das feuerzeug ausrüstet und dann nach rechts gedrückt hältst also ging es zumindest beim molotov als ob hier keine tiere sind wir können uns ein dringend reich machen so wer bist du hast du gehört was ist das da kannst du tiere zum trocknen aufhängen tote und dann kannst du es einfach so essen ohne die das zu braten irgendwo hier dürfte eine eine fackel rumliegen irgendwo im grasen lange leuchten 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 diese leuchten die auch irgendwann hoch geht so ich habe jetzt bis jetzt immer noch kein kein essen gefunden ok leute damit wenn ich das video ich hoffe ihr habt noch einen traumhaften tag dann moment hier ist nur ich dann sehen wir uns ja weiß nicht genau wann das video online kommt dann sehen wir uns beim nächsten video tschüss